Jo Leute und herzlich willkommen zu Ihrem Namen aus GrafenerTV. Heute teste ich den VitaTee. So und als erstes haben wir einmal den Geschmack Himbeere. Mal wieder den Geruchstest. Riecht auf jeden Fall nach Himbeere. Mal gucken wie das so schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall ganz dezent nach Himbeere. Aber es schmeckt gut. Und dann würde ich sagen machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Und als nächsten Geschmack haben wir einmal Pfirsich. Wieder den Geruchstest. Riecht auf jeden Fall nach Pfirsich. Mal gucken wie das so schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall auch gut und lecker. Auch nach Pfirsich. Und dann würde ich sagen machen wir noch weiter mit dem letzten. Und als letzten Geschmack haben wir dann einmal Zitrone. Wieder den Geruchstest. Schmeckt auf jeden Fall mehr nach Zitrone als es riecht. So Leute ich hoffe auf jeden Fall es hat euch gefallen. Wenn ja lasst gerne mal ein Like. Da vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und an dieser Stelle noch mal kurz Werbung. Und zwar schaut auch gerne mal bei dem Kanal von mir und Justin vorbei. Bei normal nochmal. Link ist wie immer unten in der Video-Beschreibung. Und hier am Ende des Videos. Und dann würde ich mich freuen wenn wir uns am nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. der Info-Native. Tschau.